ARD Text im Auftrag von Funk Trishis, du solltest dich mal heilen! Ich hab noch 56%, aber mach ich noch. Er hat hier die Nebelmaschine angehört. Die Lunge brennt! Allerdings nur der Teeke. Diese Jets immer. Der Rollt, wie er auf der Bank liegt. Oh, schon wieder ist einer der Coolen. Aber ich hab mir der Schrot voller ins Umgebolzen. Das geht irgendwie doch. Ja, und es gibt bestimmte Stellen, wo er ungeschätzt ist. Hinten zum Beispiel. Ja. Geht's denn hier weiter? Da hinten? Geht's da weiter? Hier geht's weiter. Nee. Ah, kommt mal mit, ich glaub ich weiß wo. Boi. Oh, ich war ein Charger. Ja. Ja. Da hinten raus. Hier runter. Böner aus dem Weg. Weiter hier lang. Oh, ein paar Leids wie ein Schosskurs. Wie wär's wenn wir mal nicht da zahle ziehen. Böp. Ich hab einfach mal einen Muni. Ist hier ne Bratpfanne? Hier ist ne Küche. Hier drin ja nix, ne? Muni wär mal nicht verkehrt. Vorhin gefunden. Ja gut, er hat auch hingelegt deswegen. Nee, war bis wann. Ja. Ja, aber die lag da auch oben. Das ist oder gar nicht. Aufpassen. Da vorne liegt was. Hier ist man ja. Da ist noch Zeit. Boah. Zauberlich rückwärts. Ich steig doch nicht hin. Dann hat man gesessen. Oh. Jeder schnappt sich ne Waffe. Ruck. Das ist beunruhig. Das ist im Killer Wackels. Lade. Zumpfab. Zauberlich rückwärts. Noch einen Schuss auf mich und ich tue mich. What the fuck. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Ich verstehe jetzt hier wieder hoch. Auffat. Au. Hallo. Der Bot blockt mich. Der Bot blockt mich. Der Bot blockt mich, ey. Warte mal, geschmeckt hier, wo man auf Trisch ist. Ich weiß gar nicht, wo wir danken müssen hier. Ah, ich glaube hier. Mhm. Ich bin bestimmt wieder runter. Bump'n'Run. Bump'n'Run. Oh, oh, oh. Ohne Pfloch gibt es sichersilbe hier. Hơi rein, wir los. Warte mal. Ohne Pfloch gibt es sichersilbe hier. Alle rein, wir los. Ah, hier ist der Safer-Room. Fangen an euch, Turtles umögen! Sechster. Soooo. Prost. 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 war die dritte Spaß so weiter machen du ziehst auf mich auch auf ins gefecht der ist auf den haus so So. Doch, wenn du jetzt noch nicht mitspielst, musst du wenigstens mit uns sprechen. Macht doch voll keinen Sinn. Doch, doch. Du kannst uns ja Witze vorlesen. Du bist jetzt für den Entertainment-Bereich zuständig. Für einen Blütteln? Kann dich durch Zoller durchschießen. So ein Maschendrahtzaun ist jetzt schon mal... Maschendrahtzaun ist so... In the morning! Hat dir mal geholfen? Ja, der Knarre war der. So, was machst du denn da? Los, Flochle, du musst Witze rausspielen. Oder du erzählst eine Anekdote aus der Jugend. Ja, natürlich. Was ich gleich mach? Ich geh gleich raus aus dem Channel und lass euch in Ruhe aufnöllen. Warum? Wir wollen dich ja dabei haben, you know? Ich muss mich kurz heilen. Ich dachte schon. Das ist ein Türknopf. Das geht's gut. Ja, ich dachte grad... Hey, was anderes komisch ist. Drei hab ich aber oder sowas. Hö, 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 hö. 60? Ja, die sind in 3,7 Nanosekunden leer. Und du bist damit nicht viel. Die haut aber Ryan. Ryan? Ja, sie lernen schnell alle. Ups. Das ist amerikanische Wertarbeit. Das ist der Witch. Ja. Ups. Das ist der Witch. Das wird aber nicht ganz gut. Nö. Oh ja, komm, runter. Oh ja, komm, runter. Das ist heute nicht bleibfrei. Give blood save lives. Oh. Nicht auf das Auto. Wehe. Rochelle steht ja so gefährlich vor dem Auto. Oh, Brank-Munition. Hier sind Granaten. Granate. Oh, das Verbandzeug könnte ich mal gebrauchen. Dann könnte ich mich mal heilen. Ja, glaub mir, das ist so blöd. Das war meins, du Trottel. Loll. 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 Der M60 mit Spreng-Munition. Der Typ war einer. Ja, hab ich da auch fassen. Hier ist der Bodenbar. Wow. Handter gewesen. Das ist noch wohl. Oh. Wehe. Waffen. Du bist Sniper hier. Nehm mir einen Schuss. Bildungsministerin hat auch ihren Doktortitel verloren. Habt ihr gelesen? Habt ihr gerade erzählt. Ja, ich höre ich doch nicht zu. Hehehehe. Oh, die Katze umwerfen, die Pins. Das ist doch kaputtschießen. Doch, die Mühe weiter schießen. Ja, das geht nicht. Leider kommen. Oh, Pudel. Die Buche ist cool. Ach hier, Zugbox. Was? Restrooms. Kommt ihr mal. Bin gerade auf der Frauen-Toilette. Ah. Du musst die Musik ändern. Ne, ja, die Toilette. Da ist vorhin. Nö. Ist das denn eine Scout? Ja. Ja. Wuch ist geil. Oh, da kommt ein Charter. Doch Sheld hat den Charter gekültet. Ne, ex. Er hat sich doch irgendwie durch die Wand geht. Lade nach. Ja. Leu, jetzt ist es wieder hell, oder was? Ich kann doch vorhin daraus auch hell. Nee. Lade nach. Fein. Oh, ein Kino. Hält mal aufhören, aber wie zu schießen. Wo du verwirks siehst? Wie läuft denn hier für den Film? Kann man die anmachen? Schauen wir nach. Bestimmt ein Night of the Living Dead. Guck mal. Hier irgendwo... Oh Gott. Feiße, feiße. Oh, gut abgefangen, Meku. Danke. Oh shit, oh shit, oh shit. Lade nach. Oh, gar nie. Äh... User disconnected from your channel. Halt ist sie weg. Oh Gott. Die leer ist. Super. Jagdgewehr. Super. Wir wieder haben. Wir sind Waffen. So. So, was läuft denn alles hier im Kino? 1, 5, 9. Abrennalen-Shot. Boah. Auf dem Kino wäre ich angegriffen. Hält ist mir aufs Kino gefuckt. Guck mal was, die alles im Kino. Fimes to Bombs. Ja, das sind andere Custom-Maps. Hier, die haben wir schon gespielt. Amixul läuft gerade. Du meinst die Houndling Forest? Ja. Komm, lass mal ne Runde dunneln hier. Leider nicht benutzen. Gerade. Super. Da sieht so viel bei Langanungs. nöh Jetzt! Wajajajaja What the f***. Wajajajaj Au. Was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? 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 Was ist das?